Digga, es funktioniert einfach nicht mehr. Ich hab nicht mal was verändert, ja? Er hat einfach keinen Bock mehr. Funktioniert nicht mehr. Ich mach auf Ausführen, funktioniert nicht. Digga, leck meine Eier. Also irgendwas stimmt hier mit meinem Code noch nicht. Die Welt wird nicht weit genug geladen, wenn man auf Start drückt. Also irgendwie gefällt mir mein Spiel noch nicht ganz. Das Sichtfeld ist auch noch nicht gut programmiert und codiert. Ich glaube, ich muss hier definitiv nochmal ran. Es geht nicht. Ich weiß es nicht. Es geht nicht. Egal, Digga, letzter Versuch. Wenn er jetzt nicht will, dann krieg ich nur 6. Mir egal. Juckt nicht. Wenn du nicht willst, du keck, will ich auch nicht. Dann, ich probier jetzt das letzte Versuch. Geht nicht. Warte mal, irgendwas stimmt hier am Code nicht. Warum verliert der Dino kein Leben, wenn er vom Feier getroffen wird? Digga, wovon redest du eigentlich? Vor allem mit wem redest du? Guckst du nebenbei Jurassic Park, Jurassic World? Oder wovon redest du was von Dinos? Nee, nee, ach Quatsch mit Soße. Ich programmiere gerade ein Dino-Spiel. Ich gucke keinen Film. Das möchte ich anschließend vermarkten. Ah, Digga, ja, mein Vater ist wirklich seit 13 Jahren Mädchen. Eigentlich, er ist auch seit 13 Jahren Programmierer. Er programmiert Dings. GTA 7, Digga. Er ist GTA 7 selbst.